Ich habe ein Spiel von 1946 bis 1969 aktiv, von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Ich habe mir ihn einfach reinspielt. Kick es auf. Kick es auf. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzieht das 1 zu 0. Okay, okay, unendlich. Okay. Was war, ist vergessen. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Funke machen. Vor allen Dingen die erste 3 ist. Hopp. 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 Die Kälte. Die Kälte. Herr Manöver erzielt den Ausland. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die zehn Sekunden vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zum Dunsten der Kälte ist zu feiern. Die Kälte ist zu feiern. Die Kälte ist von 1966 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich glaube nur in anderen Spielen. Hopp. 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 Gute Nächte. Nächte Sprich. Hopp. Hopp. Gute Nächte. Nächte Sprich. Hopp. Hopp. Und alle Menschen. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 8.30 Uhr. 1.30 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 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. War das ungefähr so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich glaube, ein paar Tore auf der anderen Seite hätten dir auch gut gefallen. Ja, also bis auf die Fans, die wenigen. Und das fehlende Tor vorne hat es mir schon Spaß gemacht. Bleibe ich dabei. Es war auch ein gutes Spiel von uns. Aber kann man sich am Ende nichts von kaufen, wenn man die Tore vorne nicht macht. Du hast die Null hinten gehalten und jetzt soll natürlich auch was Zählbares mitgenommen werden. Könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich. Da würde man erstmal immer hinten zu Null spielen. Aber ich würde auch mal gerne ein Gegentor kassieren, wenn wir dafür dann zwei machen und wir dann trotzdem gewinnen. Also da würde ich dann mal sagen, dann ist es okay. Okay. Ich glaube, das ist auch ein Deal, den der Trainer mitmachen würde. Nur ein Tor hinten kassieren, wenn wir vorne mindestens zwei machen. Warum? Unterschreibe ich sofort. Angelo, wie sieht es aus? Wen kannst du mitnehmen? Wer kann spielen oder wer kann nicht spielen? Zuerst in einer glücklichen Lage. Bis auf Marco Fritscher, der da jetzt sogar etwas länger an seinem Bluterguss laboriert. Es hat sich dann über seinem Bluterguss dann nochmal eine Einblutung passiert. Und wir wissen bis jetzt immer noch nicht, wie es passiert ist, sodass er dann das Ganze operativ entfernen muss. Und dementsprechend wird er jetzt auch eine etwas längere Zeit ausfallen. Und sonst aber sind alle dabei. Der Flo Boja macht sehr gute Fortschritte, sodass wir sogar stark überlegen, ihn auch dazu zu holen. Und beim Fetschi merkt man schon, dass er dann absolut in Vollbesitz seiner Kräften ist. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Da hast du schon ein vorweihnachtliches Geschenk bekommen. Also nochmal im Sturm nachgelegt. Was macht da für einen Eindruck? Ja, also wir haben herausgeholt aus der vierten Vorbereitungswoche. Ich denke mal, das ist ja fast das Ende der Vorbereitungszeit. Dementsprechend klar. Ja, wir wollen jetzt nicht alles auf ihn jetzt verschreien und das ist unser Heilbringer, sondern er braucht auch die Zeit, um die ganzen, auch wenn er schon mal jetzt mal beim UFC war, muss er auch die Mannschaft noch kennenlernen, unsere Philosophie und das Ganze. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass er Anfang der Woche da war. Und dementsprechend sieht es gut aus, dass er auch am Freitag dann zum Einsatz kommt. Vielleicht noch ein Satz zum Gegner. Groß Asbach, letztes Jahr noch dritte Liga gespielt. Ja, also das ist eine komplett andere Hausnummer als der Balinger SC. Also die Balinger erwarten wir schon gegen Ende im letzten Drittel. Und jetzt gerade die Asbacher gerade, insbesondere in Personen von Hans-Jürgen Beusen. Also da wird eine Mannschaft da auf uns treffen, die eine absolute Struktur hat, die dann ein bisschen brauchen wird, denke ich mal. Ich hoffe, dass sie sich das jetzt noch nicht gefunden haben gegen uns. Aber gegen Ende werde ich sie schon im oberen Drittel dann erwarten der Saison. Ja, vielen Dank erstmal für die ersten Statements. Jetzt bitte Ihre Fragen. Der Kollege kommt dann mit dem Mikrofon, dann können wir das ganz gut aufnehmen. Wer beginnt? Jörg Moll, Offenbach-Post. Ja, sehr gerne. Frage an dich, Angelo. Matthias Fetsch, du hast es eben angedeutet, vierte Vorbereitungswoche in Halle gewesen. Ist es tatsächlich dann sofort, dass er in die Startelf rücken kann? Oder scheust du da vielleicht sogar ein Risiko, dass du den nächsten Ausfall sonst produzieren würdest? Nein, also ausfallen wird er jetzt definitiv nicht. Jetzt von der Muskulatur her, also vier Wochen ist schon ein Stück Vorbereitung. Und da werde ich natürlich im Austausch sein mit Fetschi und er wird mir natürlich auch signalisieren, ob er sich überhaupt für 90 Minuten fit fühlt. Da lasse ich ihn natürlich ganz stark da zu Wort kommen. Aber ich denke mal, so wie er auch jetzt gerade gestern den Eindruck mir übermittelt hat und wie er auch gerade angekommen ist, das hat gepasst. Und dementsprechend sehe ich da jetzt keine Probleme, dass er sich dann, wenn er spielen sollte, dass er dann plötzlich eine Folgeverletzung bekommen würde. Das glaube ich eher nicht. Noch mal eine Nachfrage. Sorge, noch mal eine Anschlussfrage. Du hast ja schon gesagt, Hans-Jürgen Beusen, du hast unter ihm selbst gespielt, ich glaube sogar in zwei Vereinen, oder? Nein, nur beim UFC. Nur beim UFC, okay. Was erwartet dich da und ist das dein erstes Duell gegen Hans-Jürgen Beusen als Trainer? Ja, also ich muss jetzt lange überlegen. Ja, aber er war ja auch sehr lange raus. Ich glaube, er war ja dann genau sechs Jahre komplett raus. Jetzt wieder ist er, haben sie ihn praktisch so, wie ich es mitbekommen habe, überredet. Er kommt ja aus der Gegend. Und dementsprechend, ja klar, ich freue mich natürlich sehr, er kenne genau, wie er arbeitet. Er ist ein absolut klar denkender Trainer. Dementsprechend, ich glaube, das war auch der letzte Coach, der hier im UFC aufgestiegen ist. Und das hat er auch als seine Gründe, weil immer seine Mannschaften eine klare Linie gespielt haben. Und dementsprechend weiß ich schon, auf was er Wert legen wird. Nando? Ja, bitte. Hallo zusammen erst mal. Stefan Flaude. Erst mal willkommen hier in Offenbach. Ich war letzte Woche leider nicht da. Für mich einfach nur eine kurze Frage an dich persönlich. Was hast du für einen Eindruck jetzt in dieser kurzen oder relativ kurzen Zeit, die du doch hier bist? Ja, generell von dem Verein und von dem ganzen Drumherum. Ja, einen sehr guten. Ich hatte es ja schon mal gesagt, als ich hergekommen bin, die Voraussetzungen laden natürlich ein, um hier gut arbeiten zu können. Aber ich bleibe auch dabei, wenn man die Voraussetzungen hat, sollte man sie auch nutzen. Ja, und teilweise sollte man dann vielleicht auch aufpassen, dass man dann nicht, man denkt, dass man dann schon irgendwas erreicht hat oder irgendwo angekommen ist. Weil es dann vielleicht auch nicht zu der Liga passt. Allerdings, bleibe ich auch dabei, hat es auch irgendwo Gründe, warum man leider noch da ist, wo man ist. Und so vom Umfeld her, man merkt schon, dass die Leute wollen, dass die Stadt hier vor allen Dingen, sicherlich schon den Erfolg will. Und ja, jetzt liegt es an uns, das natürlich auch umzusetzen. Allerdings sollte man auch da keine Wunderdinger erwarten. Also, da können Sie mir glauben, wir geben unser Bestes, auch wenn es mal vielleicht nicht klappt, wie jetzt am Wochenende mit dem Sieg. Aber ich glaube, da kann uns keiner absprechen, dass wir es nicht wollten. Ja, und da müssen wir dann sicherlich auch zusehen, dass wir da alle dann, also Umfeld, Fans, Mannschaft, Trainerteam, Verein, alle die gleiche Sprache sprechen, dass wir es wollen. Aber dass es jetzt keine Garantie ist, dass es dann immer irgendwo klappt und dass man jetzt nicht zu früh irgendwie anfangen sollte, an irgendwas zu zweifeln. Es ist ein Spieltag gespielt. Ich finde, das Spiel macht erst mal schon Lust und Mut auf mehr. Und das Gute am Fußball ist, wir haben jetzt schon in kurzer Zeit wieder die nächste Chance, zu zeigen, was wir können. Und das werden wir dann auch machen. Ja, vielleicht haben wir noch, Jack Moll ist mein Name, Offenbar Post. Wir haben auch noch etwas Vergnügen gehabt. Bis jetzt mal so ein erster, das ist natürlich schwierig, das weiß ich, aber erste Einschätzung, so erster Gegner Regionalliga Südwest, dann hat man die Nord-Ost-Gruppe so im Hinterkopf gehabt bis jetzt. Gibt es da signifikante Unterschiede oder ist das doch vergleichbar? Ja, gut, jetzt haben Sie gesagt, es war jetzt ein Gegner. Aber es gibt sicherlich Parallelen zu Teams, die jetzt auch in der Nord-Ost-Liga gespielt haben. Ich glaube schon, dass hier auch, oder sieht man ja, dass hier sehr gute Mannschaften dabei sind. Aber ich finde, Regionalliga Nord-Ost, wenn man jetzt in den Vergleich anstreben, hat auch vieles zu bieten. Spielerische Mannschaften, wie BHK, Hertha, auch Viktoria, dann gibt es halt Mannschaften, wo man halt eher erstmal über diese Grundtugenden kommen muss. Ja, und da bietet es halt sehr viel. Jetzt hier bleibt es dann abzuwarten, so wie man es jetzt mitkriegt, ist dann hier auch der spielerische Wert sehr, sehr hoch, egal bei welchem Team. Also, was meiner Meinung nach uns, glaube ich, dann schon entgegenkommen könnte. Ja, und dann bleibt es mal abzuwarten. Also, ja, jetzt nach einem Spieltag einen Vergleich zu machen, ist schwer. Aber ich würde jetzt sagen, so wie wir vorbereitet wurden, war es ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe, was dann auf uns zukommt. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Gegner dann so auf die Platte bringen. Ja, nochmal eine kurze Frage an unseren Schöftrainer, an Angelo Balletta. Mal jetzt abgesehen von dem 0-0, klar, wir hätten uns alle wahrscheinlich einen Dreier gewünscht. Aber ich sage einfach mal, vom Spielerischen her, warst du da zufrieden oder warst du mit irgendwas unzufrieden, jetzt abgesehen, natürlich, dass die Tore nicht gefallen sind. Wir hatten ja einige Torchancen gehabt. Wir haben ja alle mitgefiebert im Livestream. Und, ja. Das kam auch zur Nachbesprechung, das war ein Thema, weil überall ein Ding steht mir der Erfolg, ich will gewinnen. Und dementsprechend war auch oft zu hören, ach, wir haben es gut gespielt, wir haben uns Torchancen gespielt, etc. Ich will es aber, ich würde sofort umtauschen, wenn wir ein Spiel, ihr könnt euch schon daran erinnern, an das Elfersberg-Spiel, wo wir als Team auch so top funktioniert haben. Wir standen da wie eine Einheit auf dem Platz, haben uns vielleicht drei Torchancen gespielt, vielleicht vier, wenn man jetzt mit der UFC-Brille sieht. Aber wir haben gewonnen und da müssen wir hinkommen. Also wir haben natürlich, habe ich ja gesagt, gerade gegen Mannschaften, die wir zu Hause empfangen, die natürlich aus der Natur etwas tiefer fallen und uns das Spiel machen lassen. Wir dürfen nicht in Schönheit sterben, sondern wir wollen schon zielstrebig aufs Tor spielen und natürlich ein Ergebnis erziehen. Das steht über allen Dingen. Dementsprechend, wir gehen jedes Spiel an, egal mit was für einer Marschrichtung, wir wollen gewinnen, auch jetzt in Asbach. Wir brauchen eine Top-Top-Leistung, um da bestehen zu können, aber auch da, ich will dort gewinnen. Und das Gleiche zählt auch zu Hause für gegen alle Mannschaften. Gibt es weitere Fragen? Jörg, Moin. Stefan Flaudern, noch mal eine Frage. Kapitän, Neuzugang, Kapitän, natürlich dann auch Stammkeeper sozusagen. Das ist ja schon erstmal ein ungewöhnlicher Werdegang sozusagen. Man kommt aus einer völlig anderen Liga, kommt zu einem neuen Klub und ist dann sofort Kapitän. Wie ist so der erste Eindruck sozusagen? Wie ist diese Rolle sozusagen? Wie wird diese Rolle anerkannt von den Teamkollegen? Ja, vielleicht mal einfach mal so einen Einblick geben, wie Sie diese Rolle sehen. Ja, sicherlich gab es da, was Sie jetzt ansprechen, hier und da auch mal einen kleinen Spaß wie einen Spruch, wenn man neu ist und dann zum Kapitän gewählt wird. Aber ich habe es mit Freude angenommen, habe mich jetzt so gefreut, dass das so entschieden wurde und bin aber auch der Meinung, dass es dann vielleicht daraus resultiert, dass ich jetzt nicht unbedingt in der Vorbereitung die Kapitänsbinde brauchte, um dann irgendwie Versuch zur Führung zu übernehmen. Und sicherlich auch vielen Jungsspielern was mit an die Hand zu geben und die Jungs dann auf gewisse Dinge darauf hinzuweisen. Und ja, wie gesagt, mich freue ich jetzt, dass das jetzt so gekommen ist. Ich finde es jetzt auch nicht irgendwie als Last oder irgendwas, das wäre ja noch schöner. Naja, von daher, wie gesagt, ich freue mich darauf, jetzt die nächsten Spiele auch weiter so angehen zu können. Und ja, ich bin glücklich, ich bin extrem glücklich, hier zu sein, dass es auch alles so gut passt. Besser, ich muss sogar sagen, besser, als ich mir vorgestellt hätte, so mit den, wie es jetzt gelaufen ist in den Wochen, so kann es jetzt weitergehen. Wenn wir jetzt dann noch zusätzlich gewinnen, ist es natürlich noch besser. Aber ansonsten, ja, gehe ich jetzt mal davon aus, so wie jetzt die Reaktion kam, dass damit alle, ja, was das dann so okay ist. Muss man als Kapitän irgendwas Besonderes machen? Manchmal müssen Neuzugänge, müssen am zu singen. Müssen Sie dann irgendwie noch was Besonderes machen? Singen hatten wir auch schon bei einigen Neuzugängen. Kapitäne müssen in der Pressekonferenz singen, habe ich gehört. Ja, das will ich jetzt den Leuten nicht antun. Also es ist schlimm genug, wenn die anderen dazu hören müssen. Bei zu gegebener Zeit werde ich da sicherlich auch nochmal einen ausgeben. Aber jetzt gucken wir erst mal, wenn wir zwei Spiele so knapp hintereinander haben, zu gegebenen Zeitpunkt dann, wenn es passt. Dann werde ich da auch nochmal einen ausgeben, ja klar. Noch eine Frage bitte an Angelo. Einfach nochmal zu der Kadergröße. Aufgrund auch dessen, dass wir ja 42 Spieltage haben, jetzt auch noch 41. Meinst du, nicht von der Qualität, aber ich sage jetzt einfach, ja von der Anzahl der Spieler. Ob das langt für die komplette Saison? Also du meinst, wir hätten zu wenige Spiele? Nein, um Gottes Willen. Also zu viele Spiele hätten wir. Achso, einfach grundsätzlich. Ja, es ist jetzt eine außergewöhnliche Saison, wo wir jetzt natürlich in kürzerer Zeit mehrere Spiele absolvieren. Plus noch natürlich der Hessen-Pokal kommt dazu. Also es sind ja mehr als 42 hoffentlich. Und dementsprechend, trotzdem, jeder Spieler ist ja so gepolt, dass wenn er nicht spielt, ist er unzufrieden. Ja, der sieht ja das Ganze nicht. Ja, ich weiß natürlich, wenn wir jetzt jeden auf Temperatur bringen, und dementsprechend bin ich sehr, sehr auch froh, auch die Reaktion der Jungs. Man hat mir, ich habe ja auch ein paar namhafte Spieler draußen gelassen. Und dann hätte man auch anders reagieren können. Ja, auch die Trainingswoche hätte auch komplett anders verlaufen können. Ja, dementsprechend passt es. Die Jungs haben es verinnerlicht. Und ich werde es natürlich dann auch, wir werden jeden brauchen. Und diese Saison wird es natürlich brutal, weil klar wird es sehr schwer sein, dass da einer komplett alle Spiele da durchrattert und immer wieder auf 100 Prozent kommt. Ich würde es mir wünschen, aber es ist halt leider so. Das wird noch geschrieben. Wart man noch? Jörg, hast du noch was? Ja. Gerne. Natürlich. Richtung Kader natürlich auch an dich, Angelo, nochmal die Frage. Rotation jetzt schon? Ist das ein Thema? Größere Änderungen? Oder quasi tatsächlich dann erst mit Blick auf ein Spiel wie unter der Woche jetzt in Pirmasens dann? Ja, wir wollen natürlich schon auf den Gegner, ich habe es ja schon vor der PK schon mal gesagt, dass wir natürlich viele unterschiedliche Spiele haben, die die Position anders interpretieren. Und dementsprechend hat es jetzt gegen den Ballinger-Saison so gepasst. Aber jetzt gerade in der Früh der Saison alles wieder kreuz und quer, alles durchzuwechseln, die Flügel durchzuwechseln, die Achter, der Zehner. Und da bin ich auch kein Riesenfreund von. Natürlich wollen wir natürlich stark auf den Gegner drauf eingehen, wo wir sagen, okay, das und das passt, wenn er natürlich etwas tiefer steht. Da brauchen wir natürlich Spieler, die natürlich dann, wie wir da tun mag, gerade gegen Ballinger-Saison, aus dem Nichts haben, eine Chance kreieren können. Aber dass wir jetzt da Woche für Woche immer wieder drei, vier neue sehen, das ist, glaube ich, bei mir nicht der Fall. Eine Frage an Angelo Balletta, wenn es jetzt wieder zum Elfwederschießen kommen sollte oder ein Elfer geben sollte, gibt es da einen neuen Kandidat? Also ich mache, auf meinem Plakat schreibe ich einen sehr gerne drauf. Sind wir durch oder gibt es noch Fragen? Scheint alles beantwortet zu sein. Dann will ich nochmal sagen, dass es auch diesmal wieder einen Videolivestream geben wird. Das wird Groß Asbach selbst machen, also sie haben also im doppelten Sinne Heimrecht. Auch hier gilt es ja wie im Sportlichen, kann die Heimmannschaft eben den Videolivestream machen. Dorf Club TV heißt das Ganze dort und wir werden das auch bei uns auf der Seite nochmal einstellen. Wer es möchte, kann das einschalten für fünf Euro, ähnlich wie bei uns, ganz ähnlich. Und mit dem Fanradio verrate ich ein kleines Geheimnis, sind wir ganz bestimmt ein klein bisschen schneller. Das heißt, man kann im Idealfall schneller unser Tor hören, als man es sehen kann. Also das heißt, Bild schauen und Ton hören im UFC-Fanradio. Soweit erstmal, jetzt wünschen wir unseren Jungs ganz, ganz viel Erfolg, dann eben in Groß Asbach. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.